Das ist mein neuer Streaming-Westflügel, wenn du schauen möchtest. Also hier da hinten, da sind meine zwölf Gaming-Setups, die ich habe. Für jedes ist für ein anderes Spiel, damit da nichts durcheinander kommt. Dann da hinten ist meine Lounge-Ecke mit zehn Sitzsäcken, die ich alleine verwende, weil ich gerne mal auf anderen Plätzen sitze. Und dann da hinten ist meine Küche und mein Minecraft-Teil ist da auch. Ich glaube, die Verzögerung ist richtig krass. Soll ich nach dem Game einmal neu starten? Vielleicht. Ich meine, so kann wenigstens niemand im Jungle ghosten. Das heißt, wenn ich nichts schaffe, bin ich selber schuld. Lass uns einfach gewinnen. Lass uns einfach gewinnen. Fuck it. Das ist der Lambo. Der Lambo steht hinten in der Garage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielen Dank.